Also da ist schon irgendwie so eine Grundangst da, sich dem Thema zu öffnen und wenn ich die nicht mal habe, über die Themen sprechen zu können, dann bin ich auch ganz weit weg davon, eine Lösung zu entwickeln, aber auch da ist es ein Generationsthema, ja, also mittlerweile findet man dann auch doch schon mal den einen oder anderen etwas jüngeren Vereinsverantwortlichen auf der relevanten Position und dann ist da eine gewisse Offenheit da und dann geht es auch einen Schritt weiter. Aber die Struktur in den Vereinen ist da tatsächlich ein Problem zum Teil, genau. Ja, wir haben ein Problem im Sportbusiness und das müssen wir auch so langsam mal ansprechen. Veraltete Strukturen, fehlendes Wissen, politische Entscheidungen, mangelnde Kompetenzen von digitalen Nachwuchskräften oder einfach nur Ignoranz. Ich glaube, viele von euch kennen das und das ist auch nur eine Auswahl von Problemen, warum wir im deutschen Sport in Sachen Innovation und Digitalisierung leider nur im Schneckentempo unterwegs sind, statt im digitalen Schnellzug. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels und um es mit den Worten eines jungen Politikers zu sagen, Probleme sind nur dornige Chancen. Gibt es jemanden, der sich jeden Tag die Frage stellt, welches Problem können wir heute im Sportbusiness lösen? Und den habe ich heute im Interview. Mein Name ist Daniel Sprügel, ich bin Gründer von Sportsmaniac und berate Sportorganisationen, Medien, Personalities und Unternehmen, wie zum Beispiel Red Bull, die Deutsche Bahn, Nico Rosberg oder Bild, bei ihrer Audio-Strategie und bei der Produktion und Distribution von Podcasts. Mehr Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf danielsprügel.com oder in den Shownotes dieser Episode unter sportsmaniac.de slash Episode 138. Mein heutiger Gast ist Marcel Hager, Gründer und Geschäftsführer von Vermarkter und Technologiedienstleister Sportplatz Media. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, die Digitalisierung des Amateursports aktiv und mit Vollgas voranzutreiben. Im Interview mit Marcel, das wir auf der Spielmacherkonferenz Anfang Juni in Hamburg geführt haben, erfährst du gleich, was die größten Probleme des Amateursports sind, wie Sportplatz Media vom Mangel an Umsetzungsgeschwindigkeit von Sportorganisationen profitiert, welche Kompetenzen Verantwortliche in den Vereinen dringend benötigen und mit welchen Schritten jeder Verein und Verband digitale Projekte umsetzen kann. Wir sprechen zudem über das breite Portfolio von Sportplatz Media, von der Teamorganisations-App Spieler Plus und wie diese App Millionen von Amateursportlern die digitale Organisation erleichtert, die Crowdfunding-Plattform Fairplate, Content-Management-Systeme für Sportorganisationen und eine Millionenbeteiligung an Madecrate, einem Unternehmen, das E-Sports in den Breitensport bringt. Du merkst es, ein sehr buntes, ein sehr breites und ein sehr interessantes Thema und vor allem sehr, sehr hörenswert. Das alles gibt es jetzt in Episode 138 des Sports Maniac Podcasts. Herzlich Willkommen bei mir im Podcast. Marcel Hager, grüß dich Marcel. Hi, danke für die Einladung. Ich war ja vor wenigen Wochen hier in Hamburg in dem Millentor-Stadion bei St. Pauli und dachte, das ist das 9 plus Ultra, was die Podcast-Location angeht. Jetzt haben wir noch einen draufgesetzt. Wir sitzen nämlich hier auf der Spielmacher-Konferenz mit Blick auf die Elbe. Leider regnet es ein bisschen, also Hamburg sagt Hallo. Und wir sitzen im St. Pauli-Mannschaftsbus hier in der letzten Reihe, wo wahrscheinlich schon die größten Partys gefeiert wurden. Wir sehen, ich weiß nicht, welche Flüssigkeit es ist, aber an der Decke hängt zumindest irgendwas Klebriges. Ja, sieht nach Bacardi-Cola aus, würde ich sagen. Das könnte Bacardi, aber wahrscheinlich hier mit dem Sponsor von St. Pauli ist es Jackie Cola. Wahrscheinlich. Marcel, darum soll es nicht gehen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier im Rahmen der Spielmacher-Konferenz, wo ihr ja mit eurem ganzen Sportplatz-Media-Team da seid, mit euren Trikots überall präsent seid und hier wahrscheinlich Vertrieb macht, richtig? Ja, absolut. Also es ist ein sehr relevantes Event für uns. Neben so den einschlägigen Events wie OMR oder Spobis gehört die Spielmacher-Konferenz bei uns zur Pflichtveranstaltung, als Hamburger sowieso. Ja, und genau, wir sind mit dem ganzen Team vertreten, präsentieren unser Portfolio, führen Gespräche, Netzwerken, treffen alte und neue Bekannte wieder. Du bist Geschäftsführer von der SPM von Sportplatz Media. Genau. Ich will aber dir mal erst die Bühne bieten. Du hast jetzt 60 Sekunden Zeit für einen kurzen Faktencheck. Welche drei wichtigsten Dinge müssen die Zuhörer über dich wissen? Oha, drei. Ja, genau. Das ist schwierig. Die 60 Sekunden nehme ich aber gerne. Du hast schon zehn weg. Okay, wer bin ich? Ich bin 42 Jahre alt, habe ich 96, mit 18 mein erstes Unternehmen gegründet, habe dann zwei Jahre Jura studiert, bin dann auf BWL gegangen, habe dann kurz drei Jahre als Angestellter gearbeitet und 2003 direkt wieder gegründet. Und zwar das Unternehmen, was dann zehn Jahre später Sportplatz Media werden sollte. Also ein Unternehmen, was ursprünglich aus dem klassischen Medienbereich kommt, Printmedien, Satz, Layout, Druck, diese Themen. Da hat sich dann irgendwann das Thema Sportmedien drin entwickelt und irgendwann hat sich darum eine Ball so stark gedreht. Das gliedern wir aus und daraus ist dann Sportplatz Media entstanden. Und da sitzen wir heute. Wir wollen heute ein bisschen in die Tiefe gehen. Eigentlich mit der Überschrift, die Digitalisierung des Amateursports. Jetzt hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass du zuletzt eine Kampagne in Print verkauft hast. Tatsächlich hat das noch eine Relevanz. Also wir verstehen uns als Sportplatz Media als Spezialvermarkter im Amateursportbereich, insbesondere als Zugang zu Sportdeutschland. Also unsere Werbepartner buchen unsere Kanäle, um in Deutschland den aktiven Sportler zu erreichen und das über unterschiedlichste Kanäle. Das können digitale Kanäle natürlich primär heutzutage sein, regionale Sportportale, App-Reichweiten etc. Aber tatsächlich spielen dann auch noch andere Kanäle wie Social Media natürlich mittlerweile eine Rolle. Aber eben, und da kommen wir ja tatsächlich dann auch ursprünglich her, hat Print in dem Segment noch eine Relevanz. Also der Kunde Coca-Cola beispielsweise bucht dann gerne auch nochmal eine klassische Print-Kampagne, die wir dann deutschlandweit aussteuern in regionalen Sporttiteln. Funktioniert also auch noch und hat auch noch seine Daseinsberechtigung. Ich habe eine Frage, mit der ich jemals interviewiere. Du hast gesagt, du bist Stammzuhörer. Wahrscheinlich muss ich sie gar nicht stellen, aber was war denn dein emotionalstes Sportereignis? Aktiv oder passiv? Also das emotionalste passive Sportereignis, glaube ich, war 1996. Die EM? Das EM-Halbfinale Deutschland-England. Ein unfassbar spannendes Spiel. Das mag dann auch daran gelegen haben, dass ich das im Urlaub genossen habe, das Spiel. Dass die Stimmung super war, aber im Nachgang betrachtet ist das, glaube ich, das Spiel gewesen, wo ich emotional am meisten dabei war. Wo es dann Wendungen gab, wo dann Paul Gascoyne seinen berühmten Zwischenschritt gemacht hat und das leere Tor nicht getroffen hat und wir dann am Ende als glücklicher Sieger da rausgegangen sind. Ich glaube, da war ich emotional passiv am intensivsten dabei. Und war es aktiv? Ja, aktiv, genau. Das ist also dann eine der klassischen Geschichten, weshalb wir auch das so lieben, was wir machen, nämlich im Amateursport zu Hause zu sein. Ich bin selbst Amateursportler. Und das ist dann so eines dieser Duelle, die dann auf deutschen Fußballplätzen permanent stattfinden. Kreisliga-Duell, ja. Aufstieg in die Bezirksliga, letzter Spieltag, Zweiter gegen den Ersten. Und es geht um den Aufstieg. 88. Minute, wir lagen 1-0 zurück, brauchten unentschieden, um als Erster direkt aufzusteigen. Und dann hatte ich da irgendwie das Glück, 18 Meter vor Tor stehend, oder was hat das Glück, eher die komische Idee, da zum Seitfallzieher anzusetzen. Da ging dann tatsächlich, ist über den Schlappen gerutscht, aber ging dann auch in den Winkel. 300 ausflippende Kreisliga-Fans, die auf dem Platz leben. Ich glaube, das war definitiv ein emotionales, aktives Ereignis. Zu viel mehr hat es dann auch fußballerisch nicht gereicht. Aber, wie man sagt, man da so schön, die Kreisliga ist die Bundesliga des kleinen Mannes und da finden die Emotionen nun mal genauso statt. Die wichtigste Frage ist, gab es damals schon etwas, was das Ganze auf Videotape aufgenommen hat? Nee, leider nicht. Also da gab es so klassische Berichterstattungen. Ich glaube, dann gab es im Hamburger Abendlatt da einen Bericht oder in den Einschlägen regionalen Medien. Sportmikrofon gibt es dann hier in Hamburg oder gab es damals. Da fand das Ganze statt. Und so im Nachgang natürlich total schade, dass da noch keine Sport-Total-Cam am Mast hing und man das irgendwie für die Nachwelt verhebigt hat oder für sein eigenes Videoarchiv auf dem Rechner zumindest. Nee, gab es da nicht. Schade. Aber unser Thema ist nämlich heute die Digitalisierung des Amateursports, wo ihr auch eine präsente Rolle habt im Markt. Vielleicht mal für die Zuhörer, die Sportplatzmedien noch nicht ganz kennen. Ich selber habe in der Vorrecherche gemerkt, da ist ja noch viel mehr hinter, als was ich bisher kenne. Kannst du mal kurz erklären, was eure Geschäftsfelder sind? Genau. Also wir sind da tatsächlich in zwei Bereichen primär unterwegs. Zum einen sind wir ein Vermarkter, ein Spezialvermarkter im Sportbereich. Wir vermarkten Deutschlands größtes Sportmediennetzwerk, das sich im Wesentlichen zusammensetzt aus mittlerweile rund 230 Medien, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den regionalen Sport abzubilden. Was das Besondere an dieser Reichweite ist, dadurch, dass sie von den aktiven Spielern der jeweiligen Region konsumiert werden, erreichen wir mit unserer Reichweite wirklich den aktiven Sportler. Und deswegen wird sie gern von Werbekunden gebucht. In erster Linie sind wir also ein Vermarkter, der Sportreichweite anbietet, wie wir immer so schön sagen, der Zugang zu Sportdeutschland. Daneben, und das ist dann die Besonderheit von Sportplatzmedia, sind wir Technologiedienstleister. Also wir wollen als Vermarkter keine austauschbare Rolle haben, sondern möchten gerne die Reichweite, die wir vermarkten, auch professionalisieren und ausbauen. Und dafür bieten wir unseren Partnern unterschiedliche Tools. Das geht von Content-Management-Systemen, die wir Verlagen anbieten, um in ihrer Region Sport professionell abzubilden, zu App-Technologien. Wir bauen Sport-Crowdfunding-Technologie, wo Sportler, Vereine, Teams am Ende ihre Sportprojekte über die Crowd finanzieren können. Wir sind mit Spieler Plus im Bereich Team-Organisations-Apps Marktführer, haben dort eine signifikante Reichweite. Also wir versuchen dort technologisch immer an den Themen dran zu sein, von denen wir glauben, dass sie am Markt eine Relevanz haben und womit wir am Ende dann ehrlicherweise Reichweite aufbauen, die wir mit Säule 1 vermarkten können. Musst du mir einmal erklären, auf der einen Seite Vermarktung, das Business-Modell verstehe ich. Gut, du kriegst einen Share dann von dem monetären Wert, den du vermarktest, an den Partner. Auf der anderen Seite, als Technologiedienstleister, ist das eine White-Label-Lösung, die ihr baut, die ihr dann über eine Subscription-Fee, also einen monatlichen Beitrag, refinanziert oder wie ist da das Business-Modell? Genau, es sind ja unterschiedliche Technologien, die wir an Bord haben. Wenn wir beim Beispiel Dein-Sportplatz-Content-Management-System sind, da haben wir dann beispielsweise den Kunden, nehmen wir mal Funke Digital, die ihr Portal reviersport.de mit unserer Technologie abbilden, wo wir dann quasi das Redaktions-CMS stellen, also das komplette Content-Management-System, wo dann das entsprechende Frontend dranhängt, wo die Datenschnittstellen zu den Datendieferanten dranhängen und so weiter. Und das Modell funktioniert klassisch so, dass es den Kunden Geld kostet, ein Portal-Initial aufzusetzen und wir dann monatliche Fees für Support, Hosting etc. bekommen. Das Ganze allerdings stark subventionieren können, weil wir am Ende die Vermarktungskompetenz mitbringen und dann Fuß als Vermarkter in der Tür haben und entsprechend nicht über die Technologie und über die Fees dazu monetarisieren müssen, sondern dann primär über die Vermarktung. Deswegen können wir unsere Technologie verhältnismäßig günstig anbieten. Wenn ich jetzt auf eurer Homepage gehe, sehe ich sehr präsent neben eurem Logo das Logo vom Kicker. Was ist das für eine Kooperation mit dem Kicker? Wie kam das zustande? Der Kicker ist bei uns seit 2017 beteiligt, also hält einen signifikanten Anteil von 25,1 Prozent. Die Kooperation, die ist auf mehrere Bereiche aufgeteilt. Also zum einen ist der Kicker-Technologie-Kunde von uns, kauft die eine oder andere Technologie ein, die dort in der Nutzung ist. Zum anderen tauschen sich die Vermarktungsteams aus. Also wir sprechen mit den relevanten Kunden, die den Sportler erreichen wollen. Das Kicker-Sales-Team tut das auch. Und da gibt es natürlich Synergien, die man nutzen kann. Und einen Kunden, den man mit einer ganzheitlichen Geschichte dann doch nochmal besser betreuen kann, wo der Kicker und Sportplatzmedia gemeinsam eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt ein regionaler Partner bin, ich mal als Beispiel, ich bin eine Brauerei im NRW in Ostwestfalen. Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich auf euch zugehen und sagen, ich möchte genau nur in der Region und ihr macht dann ein Portfolio auf und stellt mir 20 verschiedene Plattformen auf? Oder wie funktioniert das für einen Werbepartner? Nee, tatsächlich nicht. Die ganz regionalen Kunden, die buchen nicht über uns, sondern die buchen direkt bei den regionalen Medien. Also der regionale Partner vermarktet sich lokal selbst. Wir bieten wiederum nationalen Partnern an, ihre Kampagne in die Region auszusteuern. Also ein paar Kunden, Adidas Sky, The Zone beispielsweise, die uns buchen, um ihre Kampagne in Sport Deutschland zu platzieren. Die buchen über uns eben Reichweite in die einzelnen Regionen rein. Was sind denn eure Ziele? Was wollt ihr damit erreichen, wenn, wie gesagt, das Thema Digitalisierung des Amateursports ist ein jähes Ziel? Wie wollt ihr das angehen? Am Ende müssen wir schauen, wie bauen wir Reichweite aus und welche Mehrwerte können wir am Ende für den Nutzer schaffen. In den Bereichen sind wir unterwegs, schauen uns permanent den Markt an, sind im Austausch mit den relevanten Protagonisten, zum Beispiel dann den Spielern und schauen, was für Mehrwerte können wir denen bieten und was für Themen macht es Sinn zu belegen. Sei es dann zum Beispiel durch das Thema Teamorganisation-App. Wie kann sich ein Team die leidigen Aufgaben, die täglich anstehen, wie Mannschaftskasse organisieren oder wer ist wann beim Training, wer ist beim nächsten Spiel, Fahrgemeinschaft zum Auswärtsspiel, was auch immer. Also diese Dinge identifizieren wir, sagen so, da ist offensichtlich ein Bedarf, da können wir ein Problem lösen und das geben wir den Usern an die Hand und bestenfalls wird es angenommen und funktioniert. Das Spiel ist bloß nicht so ganz unerfolgreich, muss ich sagen. Ich habe es gerade bei euch am Stand gesehen, war schon auf Platz 1 im Bereich Sport-Apps in Deutschland. Ich kenne auch tatsächlich, aus meinem Heimatverein wird es genutzt, bei zwei, drei anderen Vereinen auch. Wie kamt ihr auf die Idee, so eine App zu machen? Genau aus dem Grund, welches Problem können wir lösen in dem Segment, in dem wir unterwegs sind und wie können wir die Reichweite, die wir an anderer Stelle haben, mehrfach nutzen. Wir haben den Zugang zum Sportler und wenn wir Produkte für den Sportler schaffen, dann können wir als Plattform agieren und irgendwann haben wir das Feld für uns identifiziert, sind da reingegangen, haben aus dem Team heraus das Produkt entwickelt und zum Glück läuft es mittlerweile sehr erfolgreich. Wie definierst du erfolgreich? In Zahlen, in Downloads, in Retention Rates, in Nutzungszahlen oder auch in vermarktbare Euros, die über die App reingekommen sind? Genau, also bei Spieler Plus ist es ja, was die Monetarisierung angeht, haben wir da zweigleisig. Zum einen vermarkten wir in der freien Version die Reichweite, zum anderen kann man das Premium-Produkt buchen, wo ich dann als User ein paar Funktionalitäten mehr habe und keine Werbebanner über mich ergehen lassen muss. Und die Währung dort tatsächlich ist der monatlich aktive Nutzer für uns. Wir haben jetzt rund 1,5 Millionen monatlich aktive Nutzer auf der App. Die teilen sich auf auf rund 85.000 Teams. Wir wachsen monatlich organisch um rund 55.000 Nutzer jeden Monat. Deswegen, wie du es angesprochen hast eben, wir sind eigentlich konstant unter den Top 10 der App Store Charts. Wir waren, glaube ich, gestern gerade wieder auf Platz 3, vorgestern auf Platz 1, vor dem Kicker, vor dem OneFootball, vor dem Transfermarkt, vor dem Sport 1. Also schaffen da tatsächlich eine große Marktdurchdringung und haben den schönen Effekt, dass das Produkt funktioniert und aufgrund von Empfehlungsmarketing sich weiter im Markt verbreitet. Macht ihr dafür auch Paid-Download-Kampagnen für die App oder ist das rein über Weiterempfehlungen, weil es einfach ein sinnvolles, nützliches Produkt ist? Machen wir tatsächlich nicht. Also es gibt keine Paid-Download-Strategie. Krass. Und die Vereine werden auch nicht belohnt dafür, dass sie es teilen? Gibt es da irgendwie so ein Feature? Ja, das gibt es tatsächlich. Also wenn ich als Verein das Produkt empfehle und daraus Premium-Mitgliedschaften resultieren, dann bekomme ich selbst als Verein ein gewisses Monatskontingent an Premium-Free. Ja, also das gibt es. Wir inzentivieren Vereine für Empfehlungsmarketing, aber im Wesentlichen wissen wir, dass sich das Produkt dreht, weil es empfohlen wird, ja, weil es für den Nutzer gut funktioniert. Ist das Projektspieler Plus für euch noch ein Investment, das ihr noch aufbaut oder ist das schon ein Case, der euch einen Return on Invest liefert? Ja, das Produktspieler Plus kostet uns natürlich Geld. Es ist ein relativ komplexes Projekt, wo viele Entwickler dranhängen. Aber wir sind in dem Bereich Cashflow positiv unterwegs, haben da aber natürlich auch noch viel vor. Also wir versuchen schon, da neue Felder zu identifizieren, was für neue Tools helfen dem User, was können wir zur neuen Saison implementieren, wie kommen wir in die nächsten Länder rein. Also wir sind seit Anfang des Jahres unterwegs in Österreich und der Schweiz. Die Sprache Französisch wird jetzt auch für den Schweizer Markt zusätzlich zu Englisch implementiert. Das heißt, danach ist es wahrscheinlich relativ naheliegend, nach Frankreich zu gehen. Da müssen wir jetzt dann lernen in den nächsten ein, zwei Jahren, wie internationalisiere ich eine App, wie komme ich in den jeweiligen Markt ein. Das ist spannend und für uns auch komplett neu. Da freue ich mich sehr drauf auf das Projekt. Da wird man wieder viel lernen können und viele Fehler machen wahrscheinlich, aber sicherlich ein spannendes Thema. Ihr habt in meinen Augen so ein diverses Portfolio. Wie viele Leute seid ihr im Team, die das ganze Thema betreuen? Wir sind 20 Mann aktuell im Feste bei uns und arbeiten mit einer unterschiedlichen Anzahl von externen Mitarbeitern zusammen, die dann unter anderem für Technologiethemen mal stärker, mal weniger dazugebucht werden. Aber das Kernteamsportball zu media ist 20 Mann stark und tatsächlich wirkt es ja so, dass es ganz viele unterschiedliche Themen sind und Welten, auf denen wir unterwegs sind, kann auch durchaus mal als Bauchladen rüberkommen. Aber wenn man irgendwann genauer hinterschaut, dann erkennt man, dass es eigentlich eine Plattform ist. Ich habe den User, der konsumiert in einem Newsportal seinen regionalen Fußball-Content, weil er dort stattfindet. Er organisiert sich in der Spieler-Plus-App. Vielleicht hat er ein Förderprojekt bei sich im Verein und hat Lust, ein Crowdfunding-Projekt auf fairplayed.org anzulegen und so weiter. Ja, also die Zahnräder greifen da schon gut ineinander und die Teams der einzelnen Themen sind im permanenten Austausch zueinander, um dort möglichst nahtlose Schnittstellen zu schaffen. Aber tatsächlich hast du natürlich recht. Das sind am Ende unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Anforderungen und das ist die Herausforderung ans Team, das zu bewältigen. Und von den 20 Mann sind 10 Entwickler, 10 Sales oder wie ist das aufgeteilt? Ja, nicht ganz. Ich bin ja auch noch da. Ich bin weder Entwickler noch Sales. Bis beides. Wir haben Ad-Management, wir haben Community-Management, wir haben Sales, wir haben Entwickler. Also ich würde mal sagen, grob auf diese Bereiche teilt sich unser Team auf. Und wie unterstützt ihr denn tatsächlich Vereine, Verbände und sowas bei deren Digitalisierung? Habt ihr da auch eine Rolle, die ihr einnehmt? Bei Vereinen haben wir eine Strategie, aber noch keine Rolle, weil im Moment ist es ja so, dass wir bei Spieler Plus den Bottom-up-Ansatz wählen. Wir gehen über die Teams in den Verein, also nicht der Verein entscheidet, dass die Technologie genutzt wird im Verein, sondern einer aus dem Team entscheidet, das Tool macht Sinn für uns und holt die anderen 20 aus dem Team dazu. Bestenfalls kommt dann aus einem Verein das zweite und dritte und vierte Team dazu. Und irgendwann kommt der Verein dann zu uns und sagt, ich sehe hier, wir nutzen sechs Teams Spieler Plus, biete mir doch mal eine Vereinslizenz. Da kommen wir von unten, weil wir wissen, dass der Weg über den Verein deutlich schwerer ist, dort ein Produkt zu platzieren. Man findet ganz schwer den richtigen Ansprechpartner, die Wege im Verein sind schwierig. Deswegen wählen wir dort den Weg über das Team. Wo wir gerade in der Konzeptphase sind, ist dann eben der eine Schritt weiter. Was muss ich dem Verein anbieten, um auch für ihn Probleme zu lösen? Was treibt den Verein eigentlich gerade um? Wir haben gerade mit einer regionalen Hochschule hier in Hamburg ein Praxisprojekt absolviert, wo wir einfach mal durch die Vereine gegangen sind und geschaut haben, was ist eigentlich euer Pain? Wie arbeitet ihr eigentlich aktuell? Was für Tools kommen denn da zum Einsatz? Und was sind dann die Herausforderungen? Und was hättet ihr denn gerne? Was kam dabei raus? Was ist der größte Pain für den Amateursport? Das sind wirklich unterschiedlichste Themen. Also erstmal ist erstaunlich, was für Technologien gearbeitet wird. Das ist von Excel, Zettelstift bis hin dann aber auch schon zu einfachen Softwarelösungen. Größere Vereine haben dann auch schon etwas professionellere Lösungen, aber das ist ein ganz, ganz bunter Strauß. Und die Anforderungen sind dann vielfältig. Die einen wissen nicht, wie sie die Platzaufteilung organisieren sollen. Die anderen kriegen irgendwie die Vereinsbeiträge nicht rein. Da ist ein Bedarf. Wie nehme ich dann den User an die Hand, dass auch wirklich der Vereinsbeitrag bezahlt wird? Wie lade ich zu? Mitgliederversammlungen ein? Also das ist ein bunter Katalog von Themen, die man jetzt irgendwie mal priorisieren muss und gucken muss, wie geht man da ran? Das lässt sich ja im Zweifel für euch, was ja immer das Wichtigste ist, nicht skalieren. Du hast viele einzelne Wehwehchen, jeder Club hat seine eigenen Baustellen. Wie managt ihr das? Ja, wir müssen genau wie bei Spieler Plus identifizieren, was sind denn die großen Themen. Ja, also bei Spieler Plus ist es im Wesentlichen das Thema Teamkalender und Mannschaftskasse. Also wie organisiere ich mein Team in den beiden Themen? Und die anderen acht, neun Funktionalitäten, die dort stattfinden, die haben eine Relevanz und die werden genutzt. Und in Summe macht das alles total Sinn. Aber ich habe halt Kernfunktionalitäten, auf die es ankommt. Und das ist auf Vereinsebene genauso. Also man wird dann mit Sicherheit drei bis fünf Themen identifizieren, die ein Must-Have sind. Die muss so ein Tool einfach bieten. Und mit dem Produkt wird man an den Markt gehen können als MVP. Und darauf dann weiter aufsetzen und weiterentwickeln. Was würdest du denn Vereinen empfehlen? Ich habe Amateursport, die sagen, wir müssen zukunftsgerichtet uns orientieren. Wir müssen irgendwas digitalisieren. Wir müssen irgendwas machen. Was sind denn für dich die ersten Schritte, die ein Verein tun sollte? Also ich glaube tatsächlich, ins Detail kann man da jetzt kaum gehen. Aber was der Verein machen sollte, ist, er sollte einer Person den Hut aufsetzen, die es wirklich kann. Das ist ja oftmals das Problem im Verein, dass einer es mitmacht, weil sonst auch einfach keiner da ist und sich des Themas annehmen soll. Aber ehrlicherweise dann nicht wirklich die Kompetenz mitbringt. Und dann ist das Projekt eigentlich schon im Ansatz gescheitert. Denn wenn ich nicht weiß, wie ich in das Thema rangehe, dann wird es nicht funktionieren. Welche Kompetenz braucht der Verantwortliche? Was glaubst du, was nötig ist, damit die Digitalisierung in einem Amateursportverein vorangetrieben werden kann? Ja, er muss über die aktuellen Themen informiert sein. Er muss wissen, was ist am Markt erhältlich, welche Tools sind da. Also im Grunde das, was wir aus der Unternehmenswelt kennen. Mit welchen Tools arbeitet denn ein junges Unternehmen? Da gibt es zahlreiche Tools, die am Markt erhältlich sind, wie ein Slack beispielsweise. Da findet man halt, wenn man davon Kenntnis hat, die für sich richtigen Tools auch ohne groß investieren zu müssen. Und ich glaube, der Vereinsverantwortliche, der da den Hut auf hat, der muss eine Basiskenntnis mitbringen zu den Themen, die auch einfach schon verfügbar sind. Aber die Lösung, die mir viele Probleme löst, die gibt es in der Form noch nicht. Was wäre denn die Lösung? Tja, das sage ich dir im nächsten Podcast. Wenn du es gebaut hast. Vielleicht haben wir das Projekt im halben Jahr so weit, dass wir konzeptseitig weiter sind und dann kann ich dazu ein bisschen mehr sagen. Aktuell ist es wirklich die Konzeptphase und mal davon abgesehen, dass man dann das Produkt oder die Idee für das Produkt haben muss, auch irgendwie ein Business Case dahinter schalten und sagen, macht das denn überhaupt businessseitig Sinn? Können die das bezahlen? Ich brauche ja nicht mit einer SAP-Lösung auf Vereine losgehen. Dann wird es nicht funktionieren, sondern das muss auch ein Ansatz sein, der für jeden erschwinglich ist und dann auch trotzdem noch für uns funktioniert. Wie siehst du die Offenheit von Vereinsverantwortlichen in dem Bereich Digitalisierung? Sehen die den Bedarf, wir müssen was tun oder das triffst du auch auf viele Köpfe, die sagen, hör mal auf, wir machen schon genügend, lass uns damit in Ruhe? Das geht tatsächlich ganz langsam Stück für Stück voran. Also tatsächlich haben wir auch in dem Praxisprojekt gemerkt, da ist auch teilweise die Tür hart zu. Die haben sogar Angst davor, allzu offen über diese Themen zu reden, wie es in dem Verein ist, wie diese Themen gelöst werden. Mensch, was passiert denn mit meinen Informationen, wenn ich euch dazu jetzt Rede und Antwort stehe, wo landen denn die Sachen? Also da ist schon irgendwie so eine Grundangst da, sich dem Thema zu öffnen. Und wenn ich die nicht mal habe, über die Themen sprechen zu können, dann bin ich auch ganz weit weg davon, eine Lösung zu entwickeln. Aber auch da ist es ein Generationsthema. Also mittlerweile findet man dann auch doch schon mal den einen oder anderen etwas jüngeren Vereinsverantwortlichen auf der relevanten Position und dann ist da eine gewisse Offenheit da und dann geht es auch einen Schritt weiter. Aber die Struktur in den Vereinen ist da tatsächlich ein Problem zum Teil, genau. Ich mache an der Stelle einen ganz harten Cut, weil wir gehen jetzt einen Schritt weiter in Richtung E-Sports, was ja in den Vereinen jetzt vielleicht noch nicht so wirklich präsent ist, gerade im Breitensport. Ich hatte vor wenigen Wochen ein Podcast-Interview hier mit dem Ralf Reichert von der ESL und mit dem Alex Müller von SK Gaming. Ihr engagiert euch auch im E-Sports, aber im Breitensport. Was macht ihr da? Ja, wir selbst haben im Grunde seit zwei Jahren das Thema auf dem Tisch und überlegen, wie platzieren wir uns im E-Sport. Das ist natürlich ein Feld, was für uns verpflichtend ist, das zu belegen. Wir haben irgendwann für uns die Entscheidung getroffen, E-Sport ist natürlich ein Sport und wir akzeptieren das vollumfänglich als Sport und grenzen das auch nicht ein auf E-Football, sondern gehen da den Weg mit der E-Sport-Community und mussten für uns identifizieren, was für ein Produkt oder was für ein Konzept passt zu dem, was wir haben. Also ich glaube, es wäre relativ fatal, das Thema über das Knie zu brechen, irgendwas an Bord zu holen und bei sich zu implementieren, was am Ende nicht wirklich wir sind und da nicht zur Struktur passt. Und irgendwann sind wir auf das City-Masters-Konzept des Hamburger Startups Madecrate gestoßen und ich habe mich dann dort über Wochen sehr intensiv mit dem Gründer ausgetauscht und dann am Ende festgestellt, Mensch, das ist ein Modell, was dort entwickelt wird, was ich erstmal total nachvollziehen kann und sehr, sehr sinnvoll finde und was sehr gut zu uns passt, weil es eben eine Lücke im E-Sport schließt. Nämlich am Ende sagt, der Amateur E-Sport hat eigentlich noch kein Zuhause, da ist im Grunde die Wiese, auf der gekickt wird oder verglichen mit dem Fußball, stell dir vor, alle spielen in Deutschland auf der Wiese Fußball und irgendwo gibt es eine Bundesliga und dann alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft. Und das war's. So ist die Situation im E-Sport und dann das Konzept zu sagen, ich gebe dem Amateur E-Sportler ein Zuhause, auch der Einzelsportler kann zu mir kommen, geht auf meine Plattform, wir identifizieren seine Skills, seine Stärken, wir matchen ihn mit anderen Gleichgesinnten, damit sich Teams bilden. Also wir schaffen E-Sport-Teams immer mit regionalem Anker und überführen die dann in Turniere bis hin zu einer Liga-Struktur. Das fanden wir extrem sinnvoll, da können wir mit unserer Verwurzelung in den Regionen auch sehr gut helfen, weil das sehr nah an unserem Konzept dran ist, regionale E-Sport-Teams dort auch zu schaffen, aus den bestehenden Reichweiten von uns heraus. Und dieses Verständnis dafür zu entwickeln, auch der E-Sportler ist ein soziales Wesen und hat ein Grundinteresse an Austausch mit Gleichgesinnten und sitzt eben nicht nur alleine vor seinem Rechner und spielt. Das wurde uns durch diesen Austausch massiv bewusst. Mensch, das ist eine klasse Community und das sind hochemotionale Sportler und Themen und die frönen ihrer Leidenschaft, genauso wie ich damals in der Kreisliga auf dem echten Fußballplatz. Genau, das ist so und deswegen waren wir total begeistert von diesem Thema, haben über Kooperationsmodelle gesprochen, am Ende endete es in einer Beteiligung, sodass wir das Thema gut zusammen treiben können und freuen uns sehr auf die nächsten Schritte. Ich glaube, wie ernst ihr es meint, das ist der Betrag, den ich gelesen habe, glaube ich 1,4 Millionen habt ihr investiert. Erstens, ist das richtig und zweitens, wann hast du das wieder reingeholt? Ja, also das haben wir ja nicht als Sportplatzmedia alleine investiert. Also man muss sagen, das ist eine Runde, die am Ende aus drei Parteien stattfand. Das ist dann zum einen sind wir das, zum anderen ist das der Olympia Verlag, also der Kicker, der bei dem Thema mit an Bord gekommen ist und zum anderen konnten wir den Innovationsstarter vor Hamburg bewegen, der in Hamburg in innovative Unternehmungen investiert, an der Runde teilzunehmen. So und am Ende teilt sich also die Summe grob auf drei Parteien auf und zwei Strategen, ein reiner Geldgeber und damit sind wir in dem Thema erstmal drin. Für uns bedeutet das vor allem vermarktungsseitig, dort einen Fuß in der Tür zu haben. Wir haben jetzt die letzten Wochen dafür genutzt, vermarktungsseitig Konzepte zu entwickeln. Es gibt neu bei uns im Portfolio die E-Sport Kombi, wo dann natürlich City Masters Made Trade stattfindet. Der Kicker hat eine sehr relevante E-Sport Reichweite bereits an Bord. Einer der ersten, der in Deutschland medienseitig auf E-Sports gesetzt hat. Absolut und allein in Spieler Plus haben wir bereits über 3000 E-Sport Teams, die sich darüber organisieren. Ja, war für uns tatsächlich auch überraschend, als wir das irgendwann festgestellt haben, wo wir uns dann auch die Frage gestellt haben, Mensch, warum machen die das denn? Und mit denen in den Austausch gegangen sind, um zu identifizieren, Mensch, nutzt ihr uns da jetzt, weil es nichts anderes gibt? Oder ist das cool für euch? Oder wie ist da die Lage? Und mussten dann erfahren oder konnten erfahren, zuhören, dass sie gesagt haben, nee, also eigentlich unterscheiden wir uns gar nicht großartig von einem echten Sportteam. Ja, da gibt es die gleichen Themen, die gleichen Bedürfnisse. Auch wir haben hier eine Mannschaftskasse und wir treffen uns zu Trainings und haben Organisationsthemen und das löst ihr. Da schauen wir jetzt, wie wir noch weiter das Thema für den E-Sportler in dem Bereich weiterentwickeln können, um da noch mehr Probleme für den zu lösen. Zum Beispiel, ihr musstet auch gar nicht euer Produkt anpassen, weil der E-Sportler sich genauso verhält wie der Sportler. Ja, tatsächlich hat er unser Produkt so genutzt. Also in SpielerPlus finden mittlerweile 46 Sportarten statt und natürlich ist es von der Handhabung her teilweise etwas unterschiedlich. Für den E-Sport haben wir tatsächlich eine relativ simple Darstellung derzeit der Themen. Also wir haben keine speziellen E-Sport-Bedürfnisse abgebildet. Das kommt jetzt alles noch, aber auch mit den Basisfunktionalitäten ist es für den E-Sportler anscheinend eine Hilfe, sich darüber zu organisieren und für uns dann Grund genug auch noch weiter in dieses Thema zu gehen. Ich mache an der Stelle nochmal einen kleinen Themen-Cut und zwar, weil ihr, wie ich sagte, sehr divers seid. Das Thema Crowdfunding ist bei euch auch ein großes Thema. Das heißt auch den breiten Sport fördern im Sinne von Communities stärken, daraus Initiativen bewegen dazu, den eigenen Verein zu unterstützen oder eigene Sportler. Wie kam es zum Investment bei Fat Blade? Genau, also auch da haben wir irgendwann uns gefragt, wie können wir uns dem Thema Sportförderung nähern. Was uns da immer massiv gestört hat, ist, dass das Thema Sportförderung in Deutschland sich eigentlich bis heute immer noch auf das Thema Klingelbeutel reduziert. Wie vor 30 Jahren aus meiner Zeit, wo der Trainer immer noch mit dem Klingelbeutel rumgeht und sagt, Mensch, ich brauche wieder einen neuen Trikotsatz für meine E-Jugend, könnt ihr nochmal bitte hier ein bisschen was reintun und dann gehe ich noch zum Bäcker um die Ecke und der hat vielleicht auch nochmal 20 Euro. Das findet ja tatsächlich so immer noch statt. Dann haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, wie kann man das smarter machen? Und wir selbst sind ja dort nicht Erfinder von Fair Plate, sondern die Fair Plate GmbH gab es ja dort schon mit der Gründerin Marte Viktoria Lorenz, die das Thema ja schon relativ lange treibt. Und diesen Ansatz, den fanden wir extrem smart und im Board sind wir dann entsprechend reingegangen, in dem Fall dann wieder im Rahmen einer Beteiligung. Wir sind als Sportpartimedia Technologiedienstleister für fairplay.org, bauen dort die Technologie. Das System ist mittlerweile ja auch als White Label verfügbar. Über 20 regionale Partner nutzen die Technologie, um das Thema Förderung von Sport und Sozialem über regionale Crowdfunding-Plattformen abzubilden. Das kommt von uns und natürlich hat es eine Vermarktungsrelevanz. Für einen Partner ist es interessant, sich in diesem erstmal grundsätzlich positiv belegten Umfeld von Sportförderung zu platzieren in einer gewissen Form. Und da hängen dann bei Fair Plate entsprechend Tools dran, wo ich das gut drüber darstellen kann, wie ein Spendentopf, den ich monatlich als Förderer eben füllen kann, wo jeder Spendeneuro verdoppelt wird oder wo ich jedes Projekt initial mit einem gewissen Betrag fördere. So, also auch da passen wieder sehr viele Themen zusammen. Es ist ein Technologiethema. Der User, wie ich vorhin schon sagte, den ich da im Sportplatznetzwerk habe oder in der SpielerPlus-App, der hat auch einen Förderbedarf und hat Interesse daran, ein Projekt zu starten. Und so passt es extrem gut als weiteres Zahnrad in diese Plattformmaschine. Ja, ich glaube, wer mehr zu Fair Plate erfahren möchte, wir haben im Podcast, oh jetzt muss ich lügen, glaube ich 19 mit Marta ein Interview geführt. Das war so früh, ja? Ja, da war ich noch jung. Sehr gut. Das war tatsächlich, glaube ich, Anfang 2017, als wir gesprochen haben. Schon über zweieinhalb Jahre her. Ja, seitdem hat sich tatsächlich viel getan und ich glaube, das war auch ungefähr die Zeit, wo wir mit Fair Plate zusammen in die Kooperation gegangen sind. Marcel, wir haben jetzt hier einen großen Ritt gemacht, nicht nur hier im St. Pauli-Mannschaftsbus, von Sportplatz Media über den Amateursport, über Crowdfunding, über E-Sports. Im Endeffekt habe ich jetzt ein besseres Bild. Es passt alles irgendwie zusammen. Es ist vernetzt. Es klingt logisch für mich. Ich habe den Hausfrauentest bestanden. Vielleicht abschließend noch einen Blick nach vorne. Wohin geht euer Weg für Sportplatz Media? Was kommt da noch dazu in den nächsten Jahren? Also ich glaube, das kann man noch nicht sagen. Also wir sehen das schon als unsere Aufgabe oder das ist auch unser Anspruch, die Fühler am Markt zu haben und zu identifizieren, was sind die nächsten relevanten Themen? Wo ist der Bedarf da? Und unsere Stärke ist da sicherlich die Geschwindigkeit. Also wir setzen Projekte extrem schnell um. Wir haben ein eigenes Entwicklerteam. Wenn wir sagen oder wenn wir einen Bereich identifizieren, den wir für sinnvoll erachten, dann gehen wir da sehr, sehr schnell in die Umsetzung, schaffen MVP, schauen, ist da eine Marktakzeptanz da, um dann sehr schnell auch weiterzugehen in dem Produkt. Und was das dann für Themen sind zukünftig, das werden wir mal sehen. Ich drücke euch dabei die Daumen. Ich habe noch eine Frage aus Sicht des Zuhörers. Welche Tipps hast du denn für Vereine, Verbände, die die Digitalisierung vorantreiben wollen? Wo sollten sie anfangen? Welche drei Tipps? Also ich glaube, bei Vereinen belassen Sie das mal bei dem Tipp vorhin. Also setzt der richtigen Person den Hut auf und gibt es ihr in die Hand und gibt auch der Person wirklich Freiheiten. Und lasst sie nicht in den teils sehr lang gewachsenen Vereinstrukturen, die dann ja auch durchaus hemmend sind für zukünftige Themen. Bei Verbänden ist es schon auch ganz ähnlich. Also auch Verbände bringen eine Legacy mit und haben Strukturen, die teilweise sehr, sehr gewachsen sind, wo Themen durch viele Gremien gehen müssen, wo Politik eine Rolle spielt. Wir sehen es gerade im Beispiel E-Sport. Du hast da einige Gesprächsgäste ja auch schon gehabt. Wie geht beispielsweise der DFB mit dem Thema E-Sport um? Auch dort sieht man dann mittlerweile, wie wird dort eine Strategie entwickelt. Dort wird E-Sport zu E-Football. Was bedeutet das dort eigentlich? Was bietet man denn dort an? Datenverband ist dann tatsächlich auch nicht immer leicht, weil er eben nicht wie wir einfach mal machen kann, sondern da ist sehr viel Abstimmungsarbeit notwendig. Wir wissen das aus einem Projekt, was wir gemeinsam mit dem DFB gerade treiben. Wir sind ja im Bereich Roboterjournalismus mit der Textengine unterwegs, ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Berliner Unternehmen Retresco, wo wir jetzt zum Sommer mit dem DFB das Projekt quasi alle Spiele, alle Tore umsetzen. Also durch eine Anbindung ans DFBnet in der Lage sind, zu jedem Fußballspiel in Deutschland, sei es Herren, Damen, Jugend, jede Liga, Spielberichterstattung zu bieten. Vorbericht, Vorbericht, Nachbericht eben dann aus der Engine. Ein sehr komplexes Projekt, wo wir dann auch im Laufe der letzten Jahre erfahren haben, was es bedeutet, so ein Projekt in so einem Verband umzusetzen und wie viel Abstimmung da nötig ist, wie oft auf den Stopp-Knopf gedrückt wird und so weiter. Also da hat der Verband einfach einen Geschwindigkeitsnachteil und ob er den aufheben kann, kann ich gar nicht sagen. Wir hoffen, es wird in Deutschland positiv weitergehen. Ihr tragt dazu einen signifikanten Beitrag zu bei. Ich hoffe, mit dem Podcast auch ein bisschen für Aufklärung zu sorgen, dass man sich traut an das Thema. Es ist meistens auch, dass man vielleicht denkt, ja okay, ich mache was kaputt, ich nehme das nicht in die Hand. Nee, einfach mal probieren, mal Fehler machen und gucken, was am Ende dabei rauskommt, weil schlechter kann man sich machen. Marcel, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, hier in den St. Pauli-Mannschaftsbus zu kommen. Ich habe zu danken, vielen Dank. Du, ich habe dir jetzt gerade eine Stunde Vertriebszeit hier auf der Spielwarenkonferenz geklaut, aber ich hoffe, du hast es sinnvoll investiert in den Podcast. Aber als treuer Hörer weißt du, jetzt kommen noch die Best of Seven am Ende des Podcasts. Heißt sieben schnelle Fragen mit der Bitte um schnelle Antworten. Ich gebe mir Mühe. Und ich lege los mit der Frage, bei wem oder was ist dir das letzte Mal vor Überraschung die Kinnlade runtergefallen? Ich bin ehrlicherweise ein relativ emotionaler, flacher Typ. Es fällt nicht so schnell die Kinnlade runter und ich bin auch nicht der, der allzu euphobisch jubelt. Aber tatsächlich würde ich sagen, das war das Spiel Deutschland-Brasilien, das rühmte 7 zu 1, wo ich irgendwann wirklich baff vom Fernseher saß und wirklich nur noch gestaunt habe. Und ja, als zweites würde ich meine Tochter da anführen. Die ist jetzt sieben und da fällt einem dann doch auch oft die Kinnlade runter. Sehr schön. Bei den unterschiedlichsten Themen. Frage 2. Wie bleibst du über digitale Trends und Innovationen auf dem Laufenden und wie bildest du dich persönlich weiter? Genau, das ist ja immer so die Herausforderung. Wie binde ich das in meinen Alltag ein? Da habe ich tatsächlich das Thema Podcast lieb gewonnen und es gibt viele relevante Podcasts, die da sehr, sehr sinnvoll sind. Dazu gehört natürlich deiner, dazu gehört der OMR Podcasts und viele weitere, wo Themen wirklich toll aufgegriffen werden, vermittelt werden. Ich das auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, im Zug hören kann und tatsächlich das Medium dann auch dafür gesorgt hat, dass ein paar Abos von Magazinen auf der Strecke geblieben sind. Zum Lesen. Zum Lesen, genau. Bis auf dem Magazin T3N. Das abonniere ich weiterhin und für mich tatsächlich eins der relevantesten Magazine, um an neuen Technologien dran zu sein. Da kann ich auch den Podcast nur wärmstens empfehlen. Welche drei Fähigkeiten und Eigenschaften haben dich dahin gebracht, wo du heute stehst? Ich würde sagen, das ist schon eine gewisse Auffassungsgabe. Es sind immer wieder neue Themen, die da sind und die man am Ende fassen muss, bewerten muss und dann um die Umsetzung gehen muss. Also Auffassungsgabe mit Sicherheit, dann Resilienz bzw. wie gehe ich auch mal mit Rückschlägen um? Wie lasse ich mich nicht entmutigen? Wie mache ich trotzdem nochmal einen Schritt mehr? Sicherlich was, was man als Sportler vielleicht nochmal eher mitbringt, weil man mit dem dann schon auch sehr früh konfrontiert ist. Und dann Menschen, Teamfähigkeit, würde ich ganz klar sagen. Also am Ende, man sieht es ja auch hier wieder, es ist eine große Familie, die Sportmedienbranche, das Netzwerk macht extrem viel Spaß. Also ich finde die Menschen, die sich in diesem Segment tummeln, tatsächlich extrem angenehm und der Austausch macht viel Spaß. Es freut mich immer wieder, neue Leute kennenzulernen. Mit Menschen umgehen zu können, ist glaube ich eine Fähigkeit, die man hier mitbringen muss. Was war denn der beste Ratschlag, den du in deiner Karriere bekommen hast und von wem hast du den bekommen? Ja, da würde ich zum einen in die Kreisliga-Zeit zurückblicken. Mein Trainer hat damals zu mir gesagt, Mensch, übel seitfallsiger. Nee, ich fahre ja Stürmer und dann hat er irgendwann gesagt, Mensch, hier, wenn du einen Weg anfängst zu gehen, dann geh ihn zu Ende. Also eher dann als Signal für den Passgeber aus dem Mittelfeld, wenn du einen Weg anzeigst, dann geh ihn auch zu Ende, weil dann steht er blöd da, wenn er den Ball dahin spielt und du bist da gar nicht mehr. Aber ich glaube, das lässt sich sehr gut aufs Berufsleben transportieren. Also wenn du einen Weg anfängst, dann geh ihn auch zu Ende, bis du irgendwann erfolgreich bist oder bis du siehst, jetzt stehe ich im Abseits, jetzt brauche ich den Weg wirklich nicht mehr weitergehen. Aber ich glaube, das war ein Ratschlag, der anders gemeint war, der aber sehr, sehr gut passt. Und darüber hinaus würde ich Meister Yoda zitieren von Star Wars, der gesagt hat, tu es oder tu es nicht, es gibt keinen Versuchen. Das stimmt. So, bevor wir jetzt hier gleich rausgeworfen werden aus dem Bus und der losfährt mit uns, drei Fragen habe ich noch. Was war dein bisher größter beruflicher Fehler und was hast du daraus gelernt? Genau, also als wir damals mit der Digitalisierungsstrategie gestartet sind, haben wir das, das war das Dein-Sportplatz-Content-Management-System, wo wir die primäre Zielgruppe Verlage haben und der Fehler war, diesen Markt komplett falsch einzuschätzen. Ja, also mittlerweile wissen wir, was bedeutet es, Verlage als Kunden zu haben und mit welchen Entscheidungsprozessen und Zeiträumen muss ich da rechnen. Und am Ende bedeutet das, es ist ein nicht planbarer Zeitraum, über den wir dort sprechen. Aber auf dem Zug waren wir anderthalb Jahre unterwegs, schon gesagt haben, ja, das Produkt macht weiterhin Sinn, aber es muss uns egal sein, wie lange so ein Entscheidungsprozess geht. Und deswegen haben wir eigentlich uns diversifiziert und unterschiedlichste Technologien aufgebaut, um eine Unabhängigkeit zu schaffen. Was wird der nächste Game-Changer im Sportbusiness? Ich weiß gar nicht, ob es den einen großen nächsten Game-Changer im Sportbusiness geben wird, aber ich glaube schon, dass wir unterschiedlichste Themen haben, die einzelne Bereiche stark verändern werden. Ja, dazu gehört natürlich der Bereich Voice oder VR, glaube ich, wird eine große Rolle spielen in Bezug darauf, wie konsumiere ich eigentlich Sport zukünftig, auch als Live-Erlebnis. Aber ich glaube, diese Themen, die wirken sich doch auf einzelne Bereiche des Sports aus und nicht auf das große Ganze. Deswegen würde ich sagen, ja, Voice, VR oder E-Sport, das wird schon einiges verändern, aber den einen großen Game-Changer, den wüsste ich jetzt nicht. Die letzte Frage, was ist die derzeit größte Herausforderung in deinem Sportbusiness-Alltag? Ja, wir haben eine Minigolfrunde bei uns im Büro täglich und es gibt immer einen Wochensieger und ich habe jetzt fünf Wochen den Wochensieg geholt. Und das ist natürlich bitter, ja, und das ist eine riesen Herausforderung für mich, dort nicht wieder immer nur Zweiter zu werden und den Namen Vieh zu kusen endlich abzulegen bei uns im Team. Also das ist tatsächlich eine derzeit sehr große Herausforderung, aber näher am Wesentlichen hast du es angesprochen. Wir haben sehr, sehr viele Themen, die wir bewerkstelligen müssen und die wir im Blick haben müssen. Und diese vielen Themen zu managen, das ist die Herausforderung, damit einhergehend das Wachsen des Teams, was funktionieren muss, das Team, was miteinander funktionieren muss, die neuen Spieler, die dazukommen, die ins Team passen müssen. Das sind eigentlich so die tatsächlichen Herausforderungen neben den Minigolfspielen. Marcel, vielen lieben Dank, du hast jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit genommen für mich. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß auf der Spielmacherkonferenz und gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt und wie kann man dich erreichen, wenn man Fragen hat? Genau, mich kann man erreichen über die klassischen sozialen Medien, Xing, LinkedIn oder per E-Mail an marcel.hager.sportplatz-media.com. Also kommt gerne mit Ideen, Anregungen auf mich zu. Ich freue mich da über jede Meldung. Ansonsten, nein, bin ich wunschlussglücklich, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. In deinem mobilen Wohnzimmer. Das ist mein neues Podcaststudio. Sehr gut. Marcel, vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Ich packe alle Links von Sportplatzmedia rund um Fairplayed Spieler Plus in die Shownotes. Findest du unter sportsmanic.de slash Episode 138. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche. Mach's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank. Bevor du jetzt gehst, hast du eigentlich schon Tickets für die UEFA Euro 2020? Falls nicht, solltest du jetzt genau zuhören. Unser Podcastpartner Lager der Sports kann dir dabei helfen, bei dem Event live mit dabei zu sein, denn Lager der Sports ist die offizielle Hospitality-Vermarktungsagentur der UEFA Euro 2020 für die Märkte Deutschland und Ungarn und ist damit als einzige hierzulande berechtigt, für alle zwölf Spielorte der Euro 2020 Hospitality-Pakete anzubieten. Aus deutscher Sicht ist vor allem der Standort München sehr attraktiv. Da gibt es pro Spiel über 4.500 vermarktbare Hospi-Plätze. Aber wie du dir sicherlich vorstellen kannst, ist knapp ein Jahr vor der EM die Nachfrage danach bereits sehr hoch und es sind einige Kategorien schon bald ausverkauft. Deswegen meine Empfehlung an dich, wenn du bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr mit dabei sein willst, dann geh jetzt auf sportsmaniac.de slash euro2020 und sichere dir deine Hospitality-Tickets. Vielen Dank, Anlager der Sports, für die Unterstützung unseres Podcasts. Vielen Dank, Anlager der Sports, für die Unterstützung unseres Podcasts.